Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir sind Linda Rehn-Voli Amariswil und haben heute das FCup-Spiel gegen Oka Mladost Brtschko. Wir haben ein super Team. Wir verstehen uns auch auf dem Feld wie an dem Nebenfeld sehr gut. Und das macht es extrem angenehm, sich jeden Tag neu auf das Training oder auf die Match zu vorbereiten. Wir sind super in die Saison gestartet, mit 10 Siegen in Folge. Und wir möchten das natürlich durchziehen. Von daher trainieren wir jeden Tag hart und geben uns das Maximum Tag für Tag. Bis zum nächsten Mal.